so ich gucke auf map und schüsse so also wie gesagt ich bin in immer noch in t teresa ja und ich müsste links von dir sein in oder bei bei der bucht von edessa aber ich bin mir nicht ganz sicher dann müsstest du ja wenn du nach westen gehst den berg den berg sehen ja und da ist auch einer und da laufe ich jetzt einfach mal hoch ich habe jetzt noch nichts gemacht nichts gelootet gar nichts und dann habe ich ja nichts zu verlieren naja ich habe bloß die waffe geklaut ohne munition vermutlich oder cz 452 ist es ich höre schüsse bei mir die schießen hier überall direkt ich finde ich leicht verwirrend ich glaube wir sind in der zahraus bucht und das ist sehr ich muss mich ich muss mich mal orientieren das könnte nämlich auch sein dass wir komplett im besten gespawnt sind da oberhalb der kawala bucht und ich verdrück mich mal von hier hier wird mir zu viel geschossen so irgendwo eine ruine bei mir sein ja zombie kann man die mit der achse schlagen geht das problemlos ein zwei schläge auf den körper ich habe vorhin nur ein ja ich meine gibt es viel zu viele berge was das da vorne und gleich hat er mich erwischt er aus ist es direkt am strand dieses das ist einer auf mich ich höre hier schon wieder schüsse ach der hat nicht mal nicht mal was der blöde zombie ich verpiss mich jetzt aber bei mir hatte nur der eine was ach da ist sind das die windkraftanlagen wenn ich mir ziemlich sicher hier zu sein gewesen zu sein an einem dieser dinge wo ist eine ruine was ist denn das da ich weiß nicht ich bin glaube ich habe vielleicht auf mich vielleicht auf mich ich weiß es nicht ach also solaranlage ja ich habe hier auch gerade schüsse gehört aber es war glaube ich nicht auf mich hoffe ich mal ich meine jetzt hier zu haben wo ich bin ich bin nämlich im middle of freaking nowhere wo auch jetzt noch ein sturmgewehr dazu ich weiß immer noch nicht wo ich bin wo hier geht es ganz schön ab dafür dass du im nowhere bist ich habe keine ahnung leider oh ja über freies feld laufen macht freude ich bin ziemlich sicher ich finde hier ganz weit in die falsche richtung gelaufen du hast gesagt bei dir ist eine solaranlage jup bin ich direkt jetzt also direkt so eine solar paddeln die genimmel zeigen da bin ich gerade ich bin auch bei sowas wie einem aussichtsplattform also da ist nur wieso parkplätze und bänke kleiner schreien ich guck mal ob ich hier in dem haus irgendwas finde ich meine man muss doch mal irgendwas finden hier ich glaube die eine der dich erschossen hat war einer von denen die vorher gefragt haben ob er friendly sind ich bin mir ziemlich sicher weil das sind jetzt wieder zwei sturmgewehren ja super ja ganz nett hey was habe ich denn da vielleicht hat er ja gefragt und weiß selber nicht weil ich fand vorher ich war ziemlich nah bei dir dran und hab dich dennoch sehr schlecht verstanden ja klar aber ich habe ja nichts gemacht ich bin ja stehen hier so in dem haus hier habe ich ein säckchen gefunden mit einem buch toll ich kann es nirgendwo ich habe keinen rucksack verdammt nochmal ich brauche einen rucksack bist du nicht mit einem gespawnt sieht nicht so aus wir sind mit einem gespawnt 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 hä wo kommt denn der zombie her jetzt hello oh da sind die draußen hey da ist noch ein sack oh da ist noch einer hey das ist ja ein richtiger volltreffer hier hier ist eine Stadt wozu brauche ich denn eine zippdisk keine ahnung ich habe sie auch mal mitgenommen ich habe keinen wo wo ist denn mein ach alles klar ich muss mich mit dem neuen inventar ich finde das bei ich finde das gewöhnungsbedürftig doch ich habe einen rucksack natürlich civilian bag ich muss nur mal gucken ich habe hier jetzt sechs säcke gefunden ob da irgendwas sinnvolles drin ist was man da gebraucht hat ein kommentar ist es ja schon mal gut da hinzulaufen weil die hatten beide sturmgewehre und der andere der sie beschossen hat hatte kein sturmgewehr und ich denke nicht dass sie das getauscht haben werden es könnte also sein dass da noch eine lee entfielte oder sowas rumliegen hmm also es sah auf jeden fall eher aus wie ein jagdgewehr mit was der in der hand hatte es war kein war aber automatisch ich habe die schlussfolge gehört nein er hat mich nicht sofort getötet er hat zwei anläufe gebraucht ich bin bei in zaros sicher? ja wo ist zaros? ähm ja warte wow was ist denn hier alles drin? du bist in talo äh in zaros ja wo ist du? ah da oh gott ja und willst du vermuten wo ich bin? also willst du hören wo ich vermute dass ich bin? so rum ja lass hören ich vermute ich bin ziemlich genau bei ich bin also nicht weit vom 33 208 irgendwie sowas ich bin nicht so weit von dir naja brauche ich ja nicht noch ein dritter sack beziehungsweise beziehungsweise oberhalb von Kavala ähm wenn man auf sieben beziehungsweise halb acht geht von Oreo Castro Richtung Küste Batu lässt du bitte mein Wasser in Ruhe? in Ruhe lassen nein keine Diskussion jetzt oh ich konnte meine Waffe sogar laden ich bin schon mal bewaffnet na super ich höre schon wieder Schüsse ich höre die ganze Zeit irgendwo Schüsse und ja es wird definitiv dunkler okidoki dann gehe ich mal wieder raus ich laufe da jetzt einfach mal zu der Leiche hin mag viel zu verlieren habe ich ja nicht ich überlege gerade ob es ratsam wäre mich hier irgendwo zu verstecken kurz nein nein nur nein wir haben auf jeden Fall hier gerade einen Hunter getötet einen mit Turban und alle möglichen deine Glock 17 hat ein Portable Surgery Kit halloo wie den habt ihr gerade gekillt? ich kann nicht mitmachen nein nein den haben die getötet ok hat auch Munition hier in der Nähe ist jemand der friendly glaube ich sein sollte wurde mit jemandem gematcht ich weiß nicht genau wo er ist aber ich bin auf jeden Fall in Zaros ich habe nämlich das Schild gelesen da hinten läuft da ok in Zaros ja genau hast du den auch? ne 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 ich will nur gerade mich scheiße hier schießt jemand wo bist du da auch meinte ich ne da bin ich du bist hier in der Nähe oder? ich höre hier schon wieder ne 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 ich bin immer noch da in der anderen Ecke und ich höre wie jetzt einer schießt und deswegen nehme ich jetzt mal die Beine in die Hand ich laufe hier übers freie Feld wie man das eben so macht in der Zombie Apokalypse oh Gott jetzt fängt gerade wieder die Musik an boah das ruckelt heute hier boah ganz schön viel Munition damn da ist der Kollege dabei ich habe jetzt ne Glock ok gut von der Leiche die 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 getötet dann haben die dich definitiv dann haben die dich wahrscheinlich gefragt wir sind aber zu weit weg gewesen von dir als dass du es hättest hören können beziehungsweise als hätten sie deine Antwort hören können ja die haben gar nicht gefragt die haben mich gar nicht gewartet der hat mich angeguckt und direkt geschossen sei mal kurz sei mal ganz kurz ruhig bitte rechts von mir wird geschossen ok ich wollte nur von genau wissen von woher das kommt von rechts ich glaube aber zaros müsste die nächste Stadt von dir aus sein ich guck gleich nochmal auf die Map jetzt hier nochmal in die Haus das ist die Stadt in der Nähe dieses großen Berges ne ja Moment darf ich oh jetzt leckt es gerade wieder total müsste die sein ja so ein Moment äh du bist ja in von teresa naja jetzt bin ich ein bisschen außerhalb und links davon über das Feld links nach ähm westen da bin ich und dann warte mal ich guck's mir mal an teresa tari teresa so genau zaros heißt also ich muss nach westen gut dann guck ich mal was mir der Kompass sagt westen da bin ich ja gar nicht so verkehrt dann versuche ich das jetzt mal eine Leiche habe ich leider nicht mehr gesehen wäre ich da mal angegangen und hätte mir den Woodpile genommen ich habe auch schon wieder einen und ich habe sogar Streichhölzer weil ich habe Streichhölzer und Fleisch weil ich mache mir Gedanken äh und trinken langsam weil ich bin wirklich ich weiß nicht ob es einer von euch wirklich geguckt hat Oreo Castro ähm bitte was du hast den Oreo Castro wo ist das denn? ja an der Küste also von Oreo Castro aus auf halb 8 eine Linie ziehen über Küste da bin ich um ok muss ich mir gleich mal angucken geht mal in den Norden von der westlichen weiter hört ihr auch so ein Vogel der sich anhört wie wenn man ein altes ein Auto zuschließt ne ich höre die ganze Zeit so einen blöden Vogel und kriege immer einen Schreck entfernt Lars das ist mal gut boah hier wird schon wieder geschossen hier wird schon wieder geschossen Sandzunge ich werde mich gleich nochmal reorientieren ich habe übrigens immer noch eine rote Verbindung ja ich auch und du Schatz hast du sie jetzt nach dem ich habe sie jetzt wieder die Frames sind die Frames sind allerdings auch im Moment extrem schlecht sind bei 19 bei mir 18 hier sind sie so hoch die werden gar nicht mehr angezeigt Pfff so die Schüsse galten glaube ich aber alle nicht mir also ne ne also glaub da hätten sie mich schon erwischt Ups Ups wer rennt da das ist aber ein Spieler ne das sieht nach Spieler aus schnell weg hier schnell in irgendein Haus ja das war jetzt in meine Richtung jetzt versucht mich einer ah der hat mich betroffen ich höre auch Schüsse nicht Gsan Jäber die 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 das das Vielen Dank.